Leere Absätze entfernen Wenn Sie einen Text von Dritten in Word öffnen, finden Sie oft überflüssige Doppelabsätze, welche einer fachmännischen Formatierung im Wege stehen. So löschen Sie diese. Öffnen Sie das Ersetzen-Fenster mit einem Klick auf Ersetzen oder mit den Tasten Steuerung plus H. Geben Sie bei Suchen Dach P Dach P ein und ersetzen durch Dach P. Diese Zeichenkombination wertet Word als Absatz. Wenn Sie auf Alle Ersetzen klicken, wird jeder doppelte Absatz zu einem einfachen zusammengefügt. Sollten im Dokument auch dreifache Absätze enthalten sein, müssen Sie erneut auf die Schaltfläche klicken. Nun ist das Dokument zur Weiterverarbeitung vorbereitet.